In dem Video jetzt geht es um den Lieferumfang der Xperia Smartphones. Welche Anschlüsse überhaupt da sind? Wo kommt die Telefonkarte hinein? Da war noch eine MicroSD-Karte als Speichererweiterung möglich. Wo passt die denn hinein? Das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal kurz zeigen und zu guter Letzt haben wir dann alles komplett um dann mit der Erstinstallation zu beginnen. Das ist der Lieferumfang vom Xperia ZL. Der besteht aus einem USB-Netzteil, einem USB-Datenkabel zum Aufladen und zur Verbindung mit dem Computer und natürlich auch aus einem Sony Kopfhörer. Ein sogenanntes Headset ist mit dabei, über das Sie nicht nur Musik hören können, sondern auch telefonieren können. Dazu gibt es dann noch ein bisschen Lektüre zum Lesen, aber dafür nehme ich die Videos für Sie auf, damit Sie die Lektüre beiseite legen, vielleicht später noch mal hineinschauen. Aber was mich jetzt natürlich brennend interessiert, was bietet mir so ein Xperia Smartphones alles an Anschlussmöglichkeiten? Also das hier ist mein Xperia ZL in weiß und hier vorne sieht man ganz schön ein 5 Zoll großes Display. Über dem Display haben wir hier oben nochmal Sensorik für die automatische Helligkeit zum Beispiel. Wir haben hier den Hörer zum Telefonieren. Dann haben wir ganz unten eingebaut die vordere Digitalkamera. Das heißt, die ist dafür da, um Videotelefonate zu führen. Dann gucken wir mal oben drauf. Da sehen wir, da kann ich das Headset anschließen oder einen externen Lautsprecher. Das ist ein 3,5 Klinkenanschluss. Dann haben wir hier an der Seite Micro-USB-Eingang. Das bedeutet, da kommt das Datenkabel hinein zum Aufladen oder zur Verbindung mit dem Computer. Dann haben wir hier auf der Ecke sogar noch die Möglichkeit, eine Trageschlaufe zu befestigen. Dann gucken wir mal direkt auf die Rückseite. Da sehen wir die große Digitalkamera mit einem rückwärtigen Mikrofon, auch für die Rauschunterdrückung beim Telefonieren. Dann haben wir einen Lautsprecher mit eingebaut, ein LED-Licht als Blitz und als Videoleuchte. Hier drunter befindet sich NFC, das heißt, diese Nearfield-Kommunikation ist in dem Bereich angesiedelt. Dann haben wir an der Seite eine langgezogene Lautstärketaste, lauter und leiser. Das ist natürlich ganz klar. Das ist Sony, das ist der Power-Button. Damit kann ich das Smartphone einschalten, ausschalten, in den Ruhemodus schicken oder wieder aktivieren. Das hier unten, leicht abgesetzt darunter, ist die sogenannte Infrarotschnittstelle, die ich halt beim ZL habe, um es als Fernbedienung für meinen Fernseher zum Beispiel zu benutzen. Dann gibt es noch die Fototaste, einmal draufdrücken, Foto auslösen, gar kein Thema. Und jetzt stellt sich natürlich noch für mich die Frage, wie sieht es denn eigentlich bei dem Xperia SP und bei dem Z1 aus? Die beiden haben wir ja auch schon gesehen. Und es kann halt sein, dass ihr Sony-Smartphone, wie zum Beispiel hier bei dem Xperia SP, dass sie das Rückencover komplett abnehmen und dort die Einschübe finden für die Telefonkarte und für die Micro-SD-Karte. Es kann aber auch sein, wenn sie zum Beispiel das Xperia Z1 oder Z oder Z2 haben, dass das Gehäuse im Rahmen noch Öffnungen für sie vorbehält. Die sind beschriftet. Und hier sehen Sie zum Beispiel, ja, beim Z1 kann ich hier ein Fach öffnen, um die SIM-Karte einzulegen. So, jetzt kommen wir aber mal zurück zu meinem Xperia ZL. Das hat nämlich unten auf der Rückseite ein Fach, was ich öffnen kann. Akku und so ist fest verbaut, aber hier kann ich jetzt einmal mit dem Finger da reingehen, öffne die Klappe und habe jetzt die Möglichkeit, hier eine Telefonkarte einzusetzen und darunter eine sogenannte Micro-SD-Karte. Die Telefonkarte bitte immer mit Internetflatrate buchen, weil das ist ein Smartphone, das möchte auch unterwegs online sein. Von der Größe her ist das das sogenannte Micro-SIM, also etwas kleiner. Ich habe da auch mal eine passende Karte mitgebracht. Die ist jetzt blau, die ist jetzt von E+, das kann Vodafone, Telekom sein. Die Geräte sind in der Regel alle SIM-Log frei. Die Karte nehme ich jetzt. Ich sehe jetzt hier auch schon anhand des grünen Symbols, wie ich die einsetzen muss. Also die abgerundete Ecke ist dann unten links. So, einmal ansetzen. Na, so, passt rein. Wunderbar. Und aha, klick, klick. Die Telefonkarte rastet auch ein. Also dann wissen Sie ganz genau, dass die Karte auch sitzt. So, als nächstes habe ich jetzt noch die Möglichkeit, den internen Speicher zu erweitern über eine Micro-SD-Karte. Auch da habe ich mal eine mitgenommen. Da können Sie Karten einsetzen bis zu einer Größe von 32 GB. Die sind unterstützt von Sony aus. Und auch hier sehe ich, wie rum ich die einlegen muss. Das heißt, da die ausgesparte Ecke, die kommt oben links hin. Das heißt, einmal drehen, einsetzen, zack, einfach nur hineinschieben. Die rastet nicht ein, nur bis zum Ende einfach reindrücken. Und dann, zack, die Klappe einfach wieder schließen. So, Telefonkarte drin, Speicher ist erweitert, Anschlüsse sind auch klar. Bevor wir jetzt im nächsten Video mit der Erstinstallation, also sprich, mit dem ersten Einschalten meines Xperia ZL oder als Beispiel für alle anderen beginnen, bitte ich Sie, dass Sie den Akku noch aufladen. Schließen Sie dazu an den Micro-USB-Port das Datenkabel und das Netzteil an. Lassen Sie das Gerät ein, zwei Stunden laden. Es muss nicht komplett aufgeladen sein, aber so ist es besser. Und dann starten wir gleich mit der Erstinstallation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017